Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von GLOB TV. Wenn die Tage kurz sind und die Nächte kalt, dann gibt es euch nichts Schöneres als die zweite vor dem Schmieden sich einkuscheln. Wir sind diese Woche zu Gast im wunderschönen Südtirol, denn das Hotel Breidelhof verspricht romantische Stunde. Aber zuerst kommen wir zu unserem Wettbewerb. Um was es zu gewinnen gibt, sehen Sie jetzt. Auf den Gewinner oder Gewinnerin vom GLOB TV-Wettbewerb warten vier traumhafte Kuscheltage im Romantik- und Wellnesshotel Breidelhof für zwei Personen mit Wellness-Dollar im Wert von 40 Euro, Schockifrüchte und Prosecco im Zimmer und natürlich die Benutzung der ganzen Wellnessanlage im Wert von 1'200 Franken. Viel Glück, wir drücken Ihnen den Daumen. Sie sehen, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn Sie Lust haben auf gemeinsame Wohlfühltäge, Wellness, Genuss und viel Entspannung zu zweit, dann eignet sich das Wellnessresort Breidelhof bestens. Denn das Hotel ist speziell auf Bedürfnis und Wünsche von Verliebten ausgerichtet. Ja und genau das Romantik-Hotel Breidelhof liegt mitten im charmanten Südtirol am Sonnenhang von Naturns. Zwischen den verschneiten Alpen gelegen bietet das Vier-Stern-S-Hotel Breidelhof alles, wenn es ums Kuscheln und Geniessen geht. Und ob Sie ein Kuschelwochenende, Flitterwochen oder einfach ein paar romantische Tage möchten verbringen, im Romantik-Hotel Breidelhof wartet auf Sie alles, was Ihr Herz begehrt und was es braucht für unvergessliche Stunden. Mit einem Liebesgrüssen im Zimmer werden Sie herzlichst empfangen. Die wunderschönen und grosszügigen Zimmer und Suiten sind liebevoll eingerichtet und mit vielen romantischen Extras ausgestattet. Da fällt es einem leicht, den ganzen Alltag zu vergessen und sich so richtig fallen zu lassen. Das Himmelbett, Schmine-Ecke und die eigene Sauna und der eigene Whirlpool erwarten Sie in der Romantik-Suite, ein Ort, wo Sie sich zurückziehen können, traute Zweisamkeit geniessen und sich im weichen Federbett einkuscheln. Ein schwereloses und erfrischendes Traumland ist die riesige und vielseitige Badelandschaft vom Romantik-Hotel Breidelhof, wo man wortwörtlich eintachen kann und alles rundum vergessen kann. Veraussen wartet das mediterran gestaltete Wasserparadies mit einem ganzjährigen, beheizten Aussenpool und einem Bergkristall-Relaxpool mit ganzer 320 m² Wasserfläche zum Schweben im warmen Nass. Unzählige lauschige und abgeschirmte Ruheplätze laden ein, zum Entspannen und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Und jetzt geniessen Sie beim Hotel Breidelhof noch mehr Wellness. Im Neubau der Sky Spa gibt es neben der ganzen Entspannung auch einen herrlichen Panoramablick auf die Südtiroler Bergwelt. Neben der Oliven-Kräuter-Sauna, eine Bio-Sauna mit 60 Grad, die ganz aus Olivenholz zimmert ist, gibt es aber auch die Panorama-Event-Sauna. Das ist eine klassische finnische und vor allem die grösste Sauna im Sky Spa. Und die einmalige Aussicht kann man auch direkt vom Wasser her geniessen. Im Infinity Sole Pool mit Whirlbank zoberst auf dem Dach. Ja und was gibt es schöneres, als die prickelnde Kälte auf der Haut zu spüren, ins warme Wasser einzutauchen, den Blick auf die verschneiten Alpen zu werfen und sich Arm in Arm zu liegen. Auf dem Sonnendeck kann man dann eingehüllt in warmen Deckenen die Südtiroler Luft mit dem Liebsten geniessen und die Seelbaumeln lassen. Ja und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und darum darf man sich hier mit wunderschönen Kreationen vom Kücheteam Breidelhof verwöhnen lassen. Nach einer erholsamen Nacht in einem romantischen Zimmer oder einer Suite kann man den Tag ganz gemütlich starten. Und hat nicht jeder schon mal von einem Schoki-Fondue mit frischen Früchten geräumt und das sogar noch im Bett? Und auch wenn man im Hotel Breidelhof ausschlafen möchte, hat man noch lange nicht zum Morgen verpasst. Für alle Langschläfer gibt es den Kuschelbranch bis am 4.00 Uhr am Nachmittag oder einen Zmorgen, den man auf dem Balkon geniessen kann. Oder man bedient sich am 30 Meter langen Zmorgenbuffet, weil es bis um 12 Uhr offen hat und geniesst die ersten Sonnenstrahlen auf der Panoramaterrasse. Ein wertvoller Begleiter zu gutem Essen ist natürlich der passende Wein. Die Winothek im Felsenkeller bietet ein besonders stimmungsvolles Umfeld, um die edlen Tropfen zu geniessen. Jeden Tag werden in der Küche des Romantik-Hotels Breidelhof Menüs mit viel Liebe zum Detail zaubert. Regionale Produkte stehen dabei im Vordergrund und werden durch eine vitale und gesunde Zubereitung gewürdigt. Und das feine Essen unterstützt von einem edlen Tropfen aus dem hauseigenen Weinkeller wird so zu einer wahren Gaumenfreude. Ja und wenn im Winter im Südtirol die Sonne scheint, dann ist es schnell einmal genug warm für eine Ausfahrt mit dem Hoteleigener Gabriolet oder zum Beispiel mit dieser Vespa. Es lohnt sich auf jeden Fall die nähere Umgebung vom Breidelhof zu entdecken und dafür eignet sich doch eine Vespa am besten. Das Hotel Breidelhof stellt diese seinen Gästen auch kostenlos zur Verfügung. Die Obstgärten vom Finschgau bieten ein wunderschönes Panorama für eine kleine Spritztur. Und wer mal den Easy Rider Lifestyle fühlen möchte, auf den wartet ein hauseigener Trike bereit zum Umkrossen. Gibt es etwas romantischeres als in einem Oldtimer durchs schöne Finschgau zu fahren? Das Wellness Hotel Breidelhof hat ganz viele Tipps, die ihre romantische Ausfahrt im Cinquecento überall hinzugehen können. Und kennt auch die lauschigen Plätze, um einfach die Zeit, das Zweite zu geniessen. Ja und wer gerne ein bisschen mehr PS unter den Rädern hat, auf den wartet ein sonnengäller Porsche Cabrio. Gegen eine kleine Mietgebühr sind die Schlüssel des Flitzerinnen. Es heisst also einsteigen und losgeht Erkundungsfahrt. Zum Beispiel auf Meran. Die zweigrösste Stadt von Südtirol ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Der charmante Ferienort Meran lädt mit seinem italienischen Flair zum Flanieren ein. Es lädt sich da auch herrlich durch die Gassen schlendern und natürlich lädt verschiedene Geschäfte das Shoppingherz höher schlagen. In die Welt der Entspannung eintauchen und den Fokus auf Körper, Geist und Seele ausrichten. Das ermöglicht einem den grosszügig eingerichteten Spa- und Wellnessbereich des Breidelhofs. Abgestimmt ganz auf Ihre Bedürfnisse geniessen Sie da Zeit für sich. Lassen Sie sich vom bestens ausgebildeten Wellness-Team beraten und geniessen Sie dann auf Ihre individuell angepasste Behandlung. Ja und wie wäre es, wenn man sich zusammen in die besten Hände gibt, um bei einer Paaranwendung gemeinsam in die Welt der Entspannung einzutauchen, aufzuatmen und zu träumen? Verwöhnen lassen kann man sich direkt an der frischen Luft, zum Beispiel bei einer wohltuenden Massage auf der sonnigen Terrasse. Das Angebot an verschiedenen Behandlungen und Massagen ist vielseitig. In einer Klangschalenmassage wird durch die Schwingungen und Vibrationen von den Klangschalen das Energiezentrum ausbalanciert und energetische Blockaden gelöst. Durch die warmen Steine bei der Hot-Stone-Massage werden auch die tiefliegenden Entspannungen gelöst und man fühlt sich nachher harmonisiert und ausgeglichen. Auch eine grosse Auswahl an ayurvedischen Therapien können im Hotel Breidelhof genossen werden. Ein besonderes Erlebnis ist die Kalari Abhyanga. Mit den Füssen des Therapeuten wird die gesamte Körperfunktion aktiviert, die Beweglichkeit gefördert, Stress abbaut und das Allgemeinbefinden positiv beeinflusst. Ja und wenn am Abend die Sonne langsam untergeht und die Temperaturen sinken, dann kommen Sie in den Genuss von einer wunderschönen Atmosphäre rund um den Breidelhof. In Grundgesetzte, Lichter und flackernde Feuer verströmen Wärme und das nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Während Fackeln Ihnen der Weg leuchten, können Sie sich Zeit nehmen für einen gemütlichen Abendspaziergang vor dem Essen. Ein besonderes Erlebnis ist die Spa-Welt bei Nights zu entdecken. Denn der Spa- und Wellnessbereich ist bis zum Abend am 11.00 Uhr offen. Geniessen Sie romantische Stunden im Infinity Bad oder geniessen Sie Zweisamkeit in der Schmine-Lounge mit Ausblick über das Tal. Der perfekte Ausklang für so einen ereignisreichen Tag ist natürlich das Dinner. Auf Bestellung wird für Sie allein im ganz speziellen Tisch vorbereitet. Ein romantisches Candlelight-Dinner im Romantik-Keller oder zum Beispiel ein Kuscheldinner im Romantik-Pavillon auf der Terrasse. Jedes Detail stimmt, alle Geschmacksnoten sind perfekt aufeinander abgestimmt und Harmonie liegt in der Luft. Und das ist die ideale Geschenksidee. Überraschen Sie Ihre Liebsten mit ein paar Tagen Romantik-Urlaub in Breidelhof. Und Romantik-Weekend heisst darum auch das aktuelle Angebot. Drei Nächte inklusive Kuschelpension, ein Butler, der Ihnen während einem Tag jeden Wunsch von den Augen ablisst, einen kostenlosen Kuschelkorb und die Benützung der Wellness-Anlage wartet auf Sie. Und das alles ab 472 Franken pro Person. Ja und jetzt sind Sie gefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn wir sind nämlich bereits beim Wettbewerb. Und um romantische Stunden zu gewinnen, müssen Sie einfach die folgende Frage richtig beantworten. In welchem Land liegt das Wellness-Hotel Breidelhof? Ist das eins in Italien, zwei in Portugal oder drei in Schweden? Rufen Sie an auf die Nummer 0901 80 1234 und wählen Sie nach der Aufforderung die Nummer Ihrer Antwort. Oder schreiben Sie uns eine Postkarte und schicken Sie diese an Glaubetv, Postfach in 8600 Dübendorf. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Wissen Sie die Antwort? Dann machen Sie mit, weil dieser romantische Preis kann man gewinnen. Auf den Gewinner oder Gewinnerin vom Glaubetv-Wettbewerb warten vier traumhafte Kuscheltäge im Romantik- und Wellness-Hotel Breidelhof für zwei Personen mit Wellness-Dollar im Wert von 40 Euro, Schockifrüchte und Prosecco im Zimmer und natürlich Benützung der ganzen Wellness-Anlage im Wert von 1200 Franken. Viel Glück, wir drücken Ihnen den Daumen. Weitere Informationen zu dieser Sendung und dem Romantik-Hotel Breidelhof finden Sie auf der Teletext-Seite und im Internet unter globetv.ch. Vielen Dank fürs Zuschauen, eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.